Voyager Trackless ist unsere Unreal-basierte Virtual Studio-Lösung, die ohne Kameratracking funktioniert. Es ist also eine Lösung, die besonders geeignet ist für Kunden, die wenig Platz zur Verfügung haben, also keinen Platz für eine komplette Hohlkehle haben, und natürlich auch für Kunden, die ein kleineres Budget haben. Mit Trackless Studio können wir also eine echte, wirkliche, virtuelle Produktion machen, und zwar auf Basis der Unreal Engine, der performantesten Render Engine, die aktuell auf dem Markt verfügbar ist. Und das Ganze auf sehr einfache und unkomplizierte Art und Weise. Wir können uns also ein komplettes virtuelles Studio erstellen, können unsere Render Engine bis zu drei Kameras anschließen und dann mit diesen drei Kameras verschiedene Kameraausschnitte nutzen, um Einstellungen zu generieren und auch zwischen diesen Kameraeinstellungen virtuelle Fahrten zu programmieren, um dort halt eben auch wirklich den Effekt eines wirklichen virtuellen Studios zu erreichen. Das Ganze wird gesteuert von einer sehr einfachen, intuitiven Oberfläche, sodass der Anwender also auch nicht tief in die Unreal Engine oder generell in die 3D-Welt einsteigen muss, sondern eben sehr einfach und intuitiv diese ganze virtuelle Umgebung einstellen und steuern kann und so zum Beispiel auch virtuelle Monitore oder virtuelle LED-Wände im Hintergrund bespielen kann, Grafiken ein- und ausblenden kann. Das System ist natürlich nicht nur für den Broadcast-Anwender gedacht, sondern richtet sich im Speziellen auch an Bildungsanrichtungen und an Corporate-Kunden, die so die Möglichkeit bekommen, wirklich mit einer sehr geringen Einstiegshürde in die virtuelle Studioproduktion einzusteigen. Das System ist direkt verfügbar und kann ab sofort geliefert werden.